Ach ja Leute, hier zu verstecken ist aber richtig cool, ne? Hier zu verstecken, hoffentlich sieht mich keiner. Das ist nämlich mein kleiner Einversteck hier, wer es nicht weiß. Ja, da würde ich mal sagen, hier, wir können zur Nachfolge Minecrafts as Scarlet. Und ja, wer es nicht weiß, das ist mein kleiner Gehirngang. Ähm, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Dings spawnen, ein bisschen versteckter. Das ist nicht so versteckt hier. Und ja, wie gesagt, willkommen zu einer neuen Folge Minecrafts as Scarlet. Und ja, heute ist mehr oder weniger eine Miene, also eine Folge, wo ich Mining gehe. Und ja, wie gesagt, vorige Folge waren wir mit Dings drüben, mit Dulfi, die Dulf, Dulf. Und der plant irgendwie, dass irgendwie so eine Rakete oder so baut, irgendwie so. Und, ähm, der will mich irgendwie als Testperson oder so nehmen. Äh, und dass ich irgendwie, keine Ahnung, mit der Rakete fliege. Ich weiß nicht, ich bin auch neben der Rakete oder so geflogen. Keine Ahnung, äh, schaut unbedingt rechts oben beim I, äh. Ne, die Folge, Folge aus, wie, äh, check die Folge, Folge aus, wie gesagt hier. Und, ähm, ja, äh, wir haben immer noch die zwei Glowstone-Dings da unten. Die zwei Glowstone, äh, oder Crystals, was das ist. Das ist hier Crystal-Teile, wo sind die? Mein kompletter Chest ist hier voll. Das ist nicht gut, wenn wir mal einigen gehen, aber egal. Machen wir gleich, ja, doch, ich glaub, machen wir gleich eine neue, äh, neue Chest hier. So, das wuppupupupupu-Geräusch. Alright, so, baue ich dir gleich hierhin, ähm, alrighty. Ich mach gar nicht mehr so viel fucken, actually. Bam, bam, bam. Äh, weelst ein Galeriorino und den Kloster. Ich weiß nicht, das Artura Crystal, genau, nicht Kloster, sondern Crystal. Schau, ist im Prinzip Kloster, einfach. Ich weiß nicht, wo ich das hinbauen soll. Soll ich vielleicht hier oben hinbauen? Dann sieht Takas. Oh, soll ich das hinbauen? Weil die haben sogar Eier schon gelegt Oh Ich weiß jetzt nicht Mr. Scharf wartet hier gerade Hoffentlich fällt das Knuff hier nicht auf Egal, egal, egal Ähm, ich kann das hier hinbauen und hier hinbauen Actually Das sieht cool aus, ich glaube ich lasse das so Äh, ah ja, vielleicht Kommen hier kleine Oh, okay, es sind keine raus, kommen Äh, wo ist das Baby-Dings? Hier ist das, oh ne, das ist gewachsen Okay, lol, okay, das ist schon gewachsen So, äh, genau Backpack, Rucksack Backpack, Rucksack Genau, äh, genau, so ein Packpack wollte ich mir eigentlich craften Nur, äh Wir brauchen Leder Das heißt, wir müssen erst mal Kühe finden Nachher können wir Mining gehen Das heißt, äh, wo finden wir Kühe am besten? Ich glaube da hinten, in der Folge-Folge haben wir auch, ähm, wie gesagt Hier auch die guten alten Mr. Scharf, Mr. Scharf und Das ist Baby Scharf, äh, Baby Scharf Sag ich schon, wir haben natürlich Baby Chicken Baby, ähm, wie soll ich sagen Baby, äh, Huhn hier Baby, Baby, Baby Baby und Baby, ja, ja, wisst ihr was ich meine Äh, wie gesagt, wir haben Folge-Folge hier die Baby-Hohn Ähm, also Mrs. Huhn Und Mrs., äh, Mrs. Huhn Und Mr. Huhn habe ich hier gefunden in der Biom Ist wieder so ein Huhn Äh, nämlich will ich in Kühe finden Was ist der Villager, den wir letztens gefunden haben Folge-Folge auch Äh, alright Ich denke mir, ist Winter-Biom Aber, weil, ist so eine Hengleiter, der bugt Alright, so Oh, das ist ein Skelett, der, das geschießt Ich fight ja schnell Oh, okay, da, nicht troffen Haha Okay Ähm, ich hoffe, ich finde irgendwie Kühe Das wäre richtig cool hier Hier sind Kübisse Kübisse sind Kann man irgendwas mit Kübisse machen, was gut ist? Pumpkin Okay, Kübisse sind nicht gut Insta, Kübisse vernichten So Ähm, so Und so Und, alright Ähm Dass niemand mehr irgendwie Kübisse sieht Böse Kübisse Alright Äh, die sieht schon keiner Äh, hier sind wieder Mrs. Huhn Und, äh, Mr. Huhn Und Mrs. Huhn Ich war noch nie hier in dem Biom Kann ich auch mal reinschauen, glaube ich In die Richtung bin ich generell noch nie gegangen hier Äh, genau So Leute, ist das hier? Oh, das ist Korn Die Cornflakes, oh mein Ähm Was ist das für ein Biom eigentlich? Okay, ich stelle hier mal rein Okay, es kommen schon solche Berggeräusche Vielleicht ist dort oben so ein, ähm Dings Ich frage mich gerade, warum ein Schwerding wie kein Dings hier genommen hat Das kann, äh, Damage schon Oh, lol Ja, gerade Partikel Achso, ich glaube, dass mein Achso, lol, weil es hier kalt ist Atme ich, dass mein Atem Okay, lol Frag ich, äh, bezüglich des Schwerds Ähm Genau, highly durable Äh, es hat Unbreaking 3 Das heißt, es, ähm Ist halt praktisch fast unzerstörbar Das ist das Gute daran Das heißt, ich kann So lange wie möglich Monster killen So, das geht halt nicht kaputt Äh, so, whoop Okay, whoop, okay Alright Äh, dann gehe ich hier mal hoch So Äh, ist hier oben irgendwas, ist die Frage Ist hier irgendwas Ah, drüben schaut's cool aus Da gab's wieder das dumme Biom Was ist komisch Hier sind Schafis Hallo Schafis Bruder von Knuffis Also Bruder von Knuffi Ist jetzt sonst noch irgendwas Ich kann nicht ein Haus oder so Äh, bauen Äh, ein bisschen hier oben Ist hier noch was Ein Haus vielleicht Irgendwas Ich weiß es nicht Aber hier ist so ein Bergbiom Würde ich sagen Ich glaube, fand es wieder ein Schaf Fand es wieder ein paar Brüder Von, äh, Knuffi Oh, oh Oh, hier ist der Kuh Hier sind Kühe Nein, nicht drunter fliegen, Kuh Okay, erste Kuh Unten ist irgendwie ein Turm Und hier ist ein Drachenteil Das hier fliegt irgendwo ein Drache Alright Nicht drunter fliegen Ich brauche euch Kühe Nein, nicht drunter fliegen Mehr, du fliegst drunter Ähm, alright Ich habe schon zwei Leder Ich brauche genau ein Leder Kuh, wenn du mir jetzt kein Äh, kein Leder hier gibst Dann bin ich echt wütend Was ist das hier? Oh, oh Queen Bee Was kann man mit dem machen? Breaking Mending Kann man mit dem irgendwas abbauen oder so? Ne, was bringt es denn mit Queen Bee Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben Was hier eine Queen Bee bringt hier So, Kuh Und du musst jetzt Äh, leider sterben Tut mir leid Okay, okay Wir haben jetzt drei Dings Für den Packpack Nice Davon ist noch eine Kuh Lass ich mal leben Alright, nice, nice, nice Hier sind nochmal Schafe Ich könnte mal runterspringen In den Canyon hier Und hier ist ein Turm Ist irgendwas drinnen in den Turm Das Ding ist, hier sind zwei Drachen Hier ist ein grauer Drache Ist noch irgendwas Ich geh mal wieder da lieber zurück Ich hab nämlich Angst hier Die Drachen zu mir kommen Aber dann halt wieder Schatten hier ist Ist richtig geil Und genau Bezüglich Apropos Schatten hier Ihr könnt auch Fanart oder so machen Von Minecraft Scarlet Äh, wie gesagt Äh, einfach auf Twitter hier Oder auf Instagram hier Mich einfach Äh, adden Praktisch Also taggen Und Ja, dann like ich das vielleicht Vielleicht zeige ich das im Video Also wenn der Fan jetzt irgendwie malen Oder sowas Und was zeichnet Für Minecraft Scarlet Und Dann werde ich was vielleicht Im Video zeigen Und ja, wie gesagt Twitter und Instagram Sind in der Beschreibung Also unbedingt abchecken Hier Wo finde ich hier eigentlich hin? Da vorne ist mein Dings Alright Dann können wir eigentlich jetzt Äh, beginnen zu minen Äh, zum Mein, die die mein, mein Äh, hier ist es Squidoodle Squiddi-di-di-di-di Hier oben ist noch mein Stuhl hier Alright Nice Wir kommen perfekt zu meinem Haus Äh, ich leg die Fackel komischerweise Ich hoffe die Kristalle bringen irgendwas Äh, so jetzt haben wir endlich Azen hier Azen, die Azen Und wir können uns Dings craften Ein, ein Rucksack Ah, Rucksack Oh, okay Wir craften Den Äh, grüne Wolle brauche ich Ich kann mir sogar grüne Wolle craften Reinforced Weiß ich, was Reinforced ist Was kostet der Oh, Leute Yes Okay, den kann ich mir nicht craften Aber den könnte ich mir Also nee, wir brauchen Reinforced Ne Mh, 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 mh Hardened Leather Wir brauchen vier Leder Ja, dann machen wir uns mal Einfach den normalen, würde ich sagen Den ganz normalen Das heißt, äh, zwei String Ähm, eins, zwei Was brauchen wir noch? Äh, drei Wolle Haben wir Das färben wir gleich Dann können wir eigentlich schon, äh Eingehen gleich So Bittl Cedric Dinos So Bittl Dirt Was ich nicht brauche Alright So Eigentlich war's das hier Noch die Brille Die schwebt Von Folge auf volle Äh, wer die Folge Nicht gesehen hat Wie gesagt Rechts oben im E-Haus checken Nämlich, wir müssen hier Cactin hier schnell abbauen Und die immer durchspringen Sonst, äh, gehen die weg Alright Äh, Leute Meine Rüstung ist schon fast kaputt Fallt mir auf Also so drei Viertel Jetzt muss ich das hier schmelzen Dann, äh Ich brauche hier nämlich Kohle Deswegen gehen wir auch E-Mine gleich Äh, dann, äh Bekommen wir grüne Dings Grüne Farbe Mit der grünen Farbe Kann man hier, ähm Äh, grüner Leder machen Grüne, ähm Grünes Leder Und ich fahre mich gerade Wie macht man Lime? L-Lime Äh, ups So Wie macht man Lime? Da, wie macht man das? Thoril Powder Mit weißen Genau Bone Meal Bone Meal Bone Meal geht auch Okay, okay, okay Ich habe schon gedacht Das ist mit Bone Meal Bone Meal So Das heißt, ähm Ich mache So So Nice Wir kriegen Lime Die So, das heißt Bam Easy Und So Das heißt So, so, so Irgendwie so Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Doch, tattere Basic Packback Oh, ich will den grünen Wie kriegt man den grünen? Äh Ich will den grünen Pack Pack Es gibt verschiedene, oder? Oder Packt das nur bei mir? Ist das ein grüner? Der ist ein schwarzer? Äh Egal Ähm Vielleicht Vielleicht ist die nächste Folge wieder grün Ich weiß nicht Vielleicht Packt er nur gerade Ich glaube Der packt nur gerade Ich habe eigentlich den grünen gecraftet Und nämlich Kann ich hier was machen? Nämlich Ich glaube Mr. Schaff hier grün färben Und jetzt ist, äh Knuffi Jetzt habe ich schon Mr. Schaff Nämlich Knuffi meine ich natürlich Äh Ist hier, ähm Grün Ja Grün ist schön Wie die Schäfschäf Äh Alright So Grün So Und So Jetzt gehen wir meinen Zu den guten alten Was heißt zu den guten alten? Wir können auch meinen jetzt Und Alright Ich gehe noch wieder ein bisschen weiter Bei einer Mine Dass ich hier, ähm Oh, die Welt lade ich schon wieder Äh Dass ich hier Erstmal irgendwie Diamanten finde Weil ich habe Zwei oder drei Diamanten Irgend so was Ähm Verzweifalten waren die glaube ich auch hier schon Ne, das war eh Folge Wo wir das Fuel hier Mitgenommen haben Alright So Bam Okay Komische Geräusche auf jeden Fall Genau Auf jeden Fall können wir jetzt Sachen in den Backpack geben Was richtig cool ist Alrighty So Jetzt gehen wir einfach Moinoridino Hier ist Eisen Eisen brauche ich nicht wirklich Ja Rechts eine Spinne Kann ich auch mal warte hier Ich habe viele Spinnen Vielleicht sind Dungeon Aber ich will die Diamanten Das heißt Ich bleibe hier auf Höhe 12 hier Ähm Vielleicht gerade auf meine Mythril Spitzacke Ist auch Bald Äh Kaputt hier Viel Kohle Kohle brauche ich unbedingt Gehe es Lava irgendwo in der Nähe So Alrighty Leute was ist das hier Ich habe zu viel so ein Amethil Ne das ist wieder sowas Gell So ein Genau das ist wieder Silikon hier Das hatten wir schon mal Ist irgendwo ganz in der Nähe Lava Ich weiß nicht wo Aber endlich haben wir wieder Kohle ein bisschen So Ähm Bam 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 So Rechts von mir ist glaube ich Lava Ne direkt vor mir Okay es ist eine Schlucht Vor allem jetzt wieder Das Jodelerz Das Jodelerz muss ich mich holen Also auf jeden Fall Jodelerz Das ist halt nicht viel Ich hoffe ich fliege halt nicht rein irgendwo Ich muss hier unbedingt das Jodelerz hier holen Das ist nämlich richtig cool Äh Jodel Jodel Jodelerz Ich baue nur zu dass ich nicht Lava fliege Meine Items weg sind nachher Das ist noch mehr Jodelerz oder Ich denke Ist Gold Ist wieder Mitril Nice Ist das Jodelerz Ich denke schon oder Ne ist Adamantium Adamantium Was ist Adamantium Oh lol Das ist Das ist ein Diamant In Adam Das ist auch gut Glaube ich Äh Ist Gold Erstmal wollen wir Gold Dass wir Gold finden hier So Gold 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 ist auch immer gut So Gut dass wir ein zweiter Graben haben hier Äh Das ist Jodelerz denke ich Ist das Jodelerz Oder was ist das Uranium Warte Ura Was Uranium Ist das radioaktiv Ich habe Angst dass ich jetzt nicht sterbe Uran ist nämlich ein Real So ein ganz Radioaktives Erz So und hier ist wieder irgendwas komisches Vielleicht haben wir es schon geklappt Ich weiß es nicht Hier oben ist ein Dings oder Oh oh Darum kann ich nichts platzieren So sind ganze Spinnen Ist es ein Dungeon oder was Doch Tatsache da oben ist ein Dungeon Einfach Ich habe keine Blöcke hier gerade Ich kann jetzt sehr leichten Lava fliegen Was ich nicht will Ich untergrabe einfach ein Spawn Oder Nee Es ist nicht gut hier Wenn ich ein Spawn untergrabe Ich muss ja auch jetzt Eins gegen eins gehen Spielen sind ja nicht so gut Gegen mein Stuff hier Mein Mein Verhältnis Alright So Bam 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 Alright Jetzt haben wir Mana Steel wieder So eine Disc So Zwei Dings Easy peasy Was haben wir hier drinnen Diamond horse Nice Diamond horse Jo mei Was ist das Black lotus It emits strong magical vibes Okay Black lotus Ich weiß nicht was das ist Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben Was ich glaube was das ist Ich habe echt Angst vor manchen Items hier Das ist die mich irgendwie killen Das ist wieder Two parts glaube ich Oh ne rubies sind das Alrighty Rubies kann ich auch immer mitnehmen Kann ich mir eigentlich fackeln das rubies craften Ne oder Ne Habe ich schon gedacht Wichtig gewesen hier Ist es wieder ein neues erz Das ist jetzt jode Ja das ist das jode Erz Das ist das jode Erz Okay es gibt drei verschiedene grüne erze Okay Schon alle gleich aus Ist okay Gut zu wissen auf jeden Fall Äh so Hast du noch mit real oder Ja das mit real Was ist das hier Das glaube ich auch ein jodeleerz oder Ne das war wieder äh Dings hier Adamantium Was ist das hier Das haben wir noch gar nicht gehabt glaube ich Saphir ist das glaube ich oder Wenn ich mich nicht täusche So ich denke es ist ein Saphir Solche Dings Dort sind Saphire glaube ich Ja 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 das sind Saphire Ähm Ich weiß nicht Ist hier noch irgendwas Ein bisschen sowas Wir können ja wieder weiter Mining geben demnächst Actually Alright Und hier Und hier Und so Äh Ich wieder bin mit So ein medril Redino Methyl ist immer gut hier Die komische Pflanze da vorne Weiß ich Ist hier noch irgendwas Gutes Noch ein bisschen Oranium Äh Ich weiß nicht Ich glaube ich gehe mal lieber zurück hier Geht's hier zurück Ich denke hier unten Äh hier unten Ich gehe mal wieder hier lieber zurück hier Pack's wieder mit den Shader Hier ist noch ein bisschen Kohle Kann ich mir noch ein bisschen mitnehmen Alright 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 So Was ist das Also Redstone Okay hab mir grad gedacht Ja Ich bin schon Level 33 gleich Lol Ja ich bin Level 33 Lol Okay Wir kriegen relativ schnell hier Ich bin schon Level Drei und Reise Ich kann schon Beides enchanten hier Wenn ich enchant hab Alrighty So Ja okay Ich werde hoch Nicht sich Oh die Welt Legt hier wieder Mein Spielzeug ist schon fast wieder kaputt Aber wir haben Aber wir haben Wir haben zwei Spielzeugen wieder reingehackt Also Reingebracht hier Alright Ähm Soll ich hier ins Öl fallen Äh Soll sind wir gleich wieder oben Alrighty Ähm By the way Ich wollte hier noch eigentlich reden Hier bei Dings hier Aber jetzt eigentlich eh schon spät Aber egal Ich wollte hier eigentlich noch reden Über die Gamescom und so Ähm Aber egal Wie gesagt Ich gehe in die Gamescom Ich glaube das Video Ich bin gerade auf der Gamescom Wenn das Video kommt Also wie gesagt Ihr könnt euch antreffen Einfach ansprechen Wenn ihr irgendwie Irgendwann ein Foto wollt Oder sowas Einfach ansprechen hier Und äh Dann geht das alles klar hier Alright Wir haben jetzt Ja Und das ganze Hier Ja Ja Der Oranium Kann man Oranium schmelzen Kann man nicht Okay Gibst du das mal hier rein Ein Black Lotus Und sowas So Äh Da mit Horse Armor Dann gibt es alles mal hier rein Und irgendwie haben wir eh Ein extra chest hier gemacht So So Bam 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 Äh Dort können wir vielleicht woanders hingehen Aber die ganzen Erze Die ganzen wichtigen Erze So So Sorry Ich kann nicht wieder Stacken Warum auch immer So Und das haben wir auch noch Könnte Doch Ich will jetzt spinnen Heißt du ein Spinnenspawner Direkt unten eigentlich Ist ja alles gut So Bam Bam Alright Ähm Saddle Redino Saddle Redino Äh Okay Ich geb den auch Mal hier ran Alright Hier unten Die Erze Was auch immer das ist Äh So Die Disc Und das Hier kommt der auch noch rein Okay Ja Dings Was Was kann man nicht schmelzen Komischerweise Kann man jetzt mit dem Adamantium In die Tools machen Ich denke schon oder Doch kann man Sieben Attack Damage Einfach auch sieben Okay Ein sieben hier Unnötig Äh Kann ich den Helm machen Plus ein Plus ein Amor Und irgendwas plus drei Steht da Ja Das ist definitiv Äh Besser hier Ich glaub das Schau Ob wir sowas machen Ich lass mal hier Ähm Drinnen Äh Alrighty So Äh So Ähm So So Ist Ja Alright Äh Das gebe ich auch noch rein Hier in die Chist Ähm Ja So So Und So Dann will ich mal sagen Das war es hier wieder mit der Folge Ähm Ja Lasst ein Like Und ein Abo da Und wie gesagt Glocke aktivieren Für mehr Minecraft Skale Dass ihr keine Folgen hier mehr verpasst Und ja Es ringt jetzt schon wieder draußen Und ja Lasst ein Like Und ein Abo da Und Ciao Rikki